Mal schauen, ob das so eine Verschnaufpause wird. Ähm, wir gucken mal. Okay. Ja, okay. Das ist tatsächlich ein bisschen eine Verschnaufpause. Ach ja. Jawoll. Jawoll. Entschuldigung. Eine Seite ist erledigt und der zweite Himmel auch. Auf Ehre. Die Münzen gönnen wir uns auch noch. Und here we go. Auch geschafft.